Dankeschön. Alter. Silberfische nennt sie die. Ist auch geil. Wurde von einem Silberfisch geermordet. Ja, das ist jetzt sehr schön geland. Okay, also wir können die T-800 nicht umbringen. Und dann können wir uns doch verstecken. Ich sehe hier wieder auf deinen Faden. Du! Ich habe dir ein Hacking-Demis. Es ist in dem Baustausch eines Gebäudes auf der Hauptstelle. Es wird dir in diesem Hospital helfen. Jetzt musst du jetzt ein paar Fragen stellen. Es wird ein Zeitpunkt dafür. Aber jetzt musst du dir in den Leuten helfen. Als für Colin. Es gab nichts, was ich getan habe. Es war entweder er oder er. Und es könnte nicht sein, dass du. Hallo? Okay. Schrotflätten-Munition. Sonst noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Ja, die Frage, wie komme ich da hin? Ist ja irgendwie... Also hier komme ich nicht rüber. Da war ich eben drin. Dann muss ich wahrscheinlich hier lang. Scheiße, auch zu spät gesehen. Oh! Alter, so eine Scheiße, ey. Okay, wir versuchen es hier nochmal. Okay, wir versuchen es hier nochmal. Es wird dir helfen, dich in das Hospital. Jetzt musst du jetzt beginnen, zu fragen, Fragen zu beantworten. Es wird ein Zeitpunkt dafür. Aber jetzt musst du jetzt helfen, die Leute in das zu sein. Das war ein Kuss. Es war nichts, was ich tun konnte. Du warst entweder er oder er. Und es könnte ja es sein, wie du. Hallo? Hallo? Boah, das hört sich ja echt übel an. Mann, Mann, Mann. Hackergerät gefunden, du kannst zum Skynet Terminal zum Hacken, okay. Schöner wär's, wenn ich hier speichern könnte. Aber, 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 leider nicht. So, wo geht's hier lang? Hier gibt's noch ein paar Handelsressourcen. Oh. Hier gibt's Stoffe, Ressourcen. Ist die Frage, ob man nicht noch hier drin bleiben muss. Aber hier geht's ja nirgendswo weiter, ne? Ne. 2-3. Ah, toll. So, wenn ich hier weitergehe, hier ist aber nix. Oder ist ja irgendwie eine Bodenklappe oder irgendwas, was ich übersehen habe. Naja, der zeigt mir immer nach, ich muss nach draußen. So, wenn ich aber nach draußen gehe. Oh, na, geht's dann. Oh, na, geht's dann. Oh, na, geht's dann. Oh, na, geht's dann. Wer lädt der denn nicht nach? Na, gucken, gucken. Schön einsammeln, jawohl. Oh, hier geht's weiter, ja. Okay. 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 Das heißt, die kommen mir hinterher. Also, bis zum nächsten Speicherpunkt zocken wir noch, aber der muss ja mal gut sein. Und dann zocken wir später weiter. Ach du Scheiße. Warte, warte, warte. Sö. Jetzt kann ich mich hier einhacken, ja? So, erstmal plündern. Ach du Scheiße. Um Skynet-Geräte zu hacken, musst du das Symbol auf die rechte Bildschirmmhälfte bewegen. Wobei du die Firewall ausweist. Wenn du mittlere Linie erreichst, wird der Fortschritt gespeichert. Jede Kollision in einer Firewall kostet einen Versuchspunkt. Wenn du alle Versuchspunkte verloren hast, der Hackerversuch ist fehlgeschlagen. Die Anzahl der verfügbaren Versuchspunkte ist von den feigen Hecken abhängig. Okay. Oh. Das nenne ich ja mal geiles System. Okay. So, aber wo muss ich jetzt hin? Ah, alles klar. Nun war es ja doch gar nicht so schwer. War es ja doch nicht so schwer. Mann, 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 ey. Die haben ja echt Humor hier, ey. So wie die abgesichert sind. Alles schön einsammeln. Nichts liegen lassen. So. 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 Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Munition mehr? Was ist das denn? Das ist so ein Witz, oder? So. 0, 0, 0, 0. Was ist das denn hier? Energiezellen. Pistole. Aber wenn ich keine Munition mehr habe, wie soll ich denn die dann platt machen? Das kann mich heilen, aber... Alter, Jungs, ich habe keine Munition. Was soll ich denn machen? Hm. So, ich bin jetzt hierher gelaufen. Ich brauche Munition. Oh Gott. Alter, ich bin gleich am Marsch. Wenn ich hier keine Munition finde, dann war es das. Na toll. Was kann ich jetzt hier machen? Ich habe immer noch keine Munition. Hallo. Gibt es hier irgendwo Munition? Ah, das ist Antibiotika. Sehr geil. Okay, Medikids. Das ist ja super. So, verbinden wir uns gleich nochmal. Auch ein Medikid. Auch schön. Aber immer noch keine Munition. Hallo. Hört mich wer? Auch Mun. Ach du Scheiße. Oh oh. Der hat mir noch gefehlt. Ja, das war's. Nee, wir machen hier erstmal Pause und dann sehen wir uns das nächste Mal.